Einfache Version für die Bridge. Das sind die Töne C und S, D und F, S und G, F und A. Und die schwierigere Version wäre so. Und danach kommt dann der Refrain. Okay, heute lernen wir den Refrain, der ist ein bisschen anders als die Strophe. Erstes Mal genauso wie die Strophe. Zweites Mal auch. Drittes Mal auch. Und beim vierten Mal wird es anders. Da haben wir den Ton D da drin. Und die schwierige Version sieht dann so aus. Auch wie bei der Strophe. Beim zweiten Mal auch nochmal. Am dritten Mal auch. Und beim vierten Mal kommt dann auch an der zweiten Stelle ein anderer Ton. Und das sind die Töne hier. Okay? geht's. Jetzt geht's.